Hallihallo liebe Freunde, Follower und begeisterte Gewebeproduzenten. Ich zeige hier euch eine neue Version von Kados, die durch Spiegelung ich erschaffen habe. Auch sind verschiedene Schakats, wie hier zu sehen, mit verschiedenen Farbkombinationen hinterlegt. Ich wünsche euch tolle Ideen, vielleicht werdet ihr auch angeregt, das eine oder andere zu kombinieren. Und gebt mir Feedback, was ihr von der Sache haltet. Ich wünsche euch noch sehr viel Erfolg, Gesundheit und habt den Augenblick fürs Leben. Alles, alles erdingliche Gute, bis zum nächsten Mal, wünscht euch euer Harry. Das kleine Clip wird noch etwas laufen, aber ihr könnt es gerne zu Ende sehen. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.